Das Hibiki Euphonium der Anime hier auf diesem Zweitkanal, dem Popkulturellen von mir, ist, bei dem als Ersten die Anime-Reviews enden. Es hätte im Prinzip es kaum besser treffen können, weil das war ein wunderbares Finale zu dieser Anime-Serie und oh Gott, ich will eine zweite Staffel. Wir brauchen unbedingt eine zweite Staffel, denn es sind doch noch ein paar Sachen in dieser Folge offen geblieben. Aber zunächst erst einmal zu der Folge selber und dann gehen Ende hin, vielleicht einen kleinen Rückblick auf die gesamte Serie, einen finalen Eindruck, was ich so von der Serie in diesen 13 Folgen, die wir gehabt haben, gehalten habe. Zu der Folge selbst ist zu sagen, dass rein Inhaltliches eigentlich von vornherein klar war, wir sehen den Morgen des unmittelbaren Auftrittes, den es dann gibt, den Wettbewerb, wo es darum geht, eben zu den ganz nationalen, zu den japanischen Wettbewerb weiter vordringen zu können, wo dann eben eine Goldbewertung plus eine Weiterreichung oder Weiterempfehlung von Nöten ist. Und ja, wir sehen dann die einzelnen Leutchen dabei, wie sie versuchen, ihre Nervosität loszuwerden, so sie denn nervös sind. Und es sind auch sehr viele Judy-Anleihen in dieser Folge zwischen Kumiko und Lena, mal wieder, die ich ja eigentlich sowieso die gesamte Serie über sehr genossen habe. Aber auch eine Szene zwischen unserem Hauptprotagonisten, wenn man ihn überhaupt so nennen möchte, also sagen wir mal den Kerl, auf den der meiste Fokus gerichtet war, und Kumiko, die sich ja normalerweise immer sehr annecken oder zumindest Kumiko in seine Richtung neckt, aber wenn es dann eben um das gemeinsame Ensemble geht und dahin einen guten Auftritt hinzulegen, dann haben sie sich doch die Bro-Fist oder die Power-Faust gegeben, wie man es auch immer sehen möchte. Und sagen wir mal so, es war mir eigentlich im Vorherein klar, dass sie durchkommen würden und dass sie weiterkommen würden, weil erstens war mal der Titel der Folge sowas von scheinbar auf die falsche Pferde führend, auf Wiedersehen-Wettbewerb, dass es hieß von wegen ja auf Wiedersehen auf den Wettbewerb, der jetzt stattfindet, weil sie es bestehen und weiterziehen, so nach dem Motto, so habe ich mir das schon gleich gedacht, zumal einfach die Zeit auch nicht in dem Anime war, andere Ensembles vorzustellen und das für den Zuschauer, für uns eigentlich ziemlich fies wäre, wenn wir nicht verstehen oder begreifen können, warum sie es letztendlich nicht geschafft haben, weil wir einfach den Vergleich, den unmittelbaren zu anderen Ensembles, die in diesem Wettbewerb teilnehmen, nicht haben und daher eben nur diesen einen Eindruck gewinnen konnten von unserer Kitaiju Schule oder wie sie genau heißt, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen und daher wäre es sozusagen für uns dann als Zuschauer auch unverständlich, eben festzustellen oder zu akzeptieren, dass es ein Nicht-Weiterkommen gewesen wäre, wobei ich es mutig gefunden hätte, wenn es tatsächlich schon in dieser Folge tatsächlich mit einem Durchrauschen durch den Wettbewerb zu Ende gegangen wäre, zumal zumindest Asuka in der Folge ein paar Andeutungen darauf gemacht hat, dass sie es schon für das Ende und eventuell das Ensemble für doch nicht gut genug hält, dass sie weiterkommen, aber nach dieser letzten Folge ist mir auch Asuka mehr ein Rätsel mehr denn je und ist auch einer der Gründe, warum ich unbedingt eine zweite Folge möchte, weil wenn man auch so die Reaktionen anschaut von den ganzen Ensemble-Mitgliedern, als dann die Ankündigung kommt, dass sie erstmal das Gold geholt haben und dann eben die Sprachankündigung, dass sie weiter sind und wir die Reaktionen von allen möglichen Leuten sehen, ist sie die Einzige, die weder in Glückstränen noch in weites Augen aufreißen, Münder aufreißen und dergleichen Umarmungen ausbricht. Sie ist die Einzige, die die Augen zusammenkneift und die Mundwinkel senken sich und bedroppelt ein bisschen nach unten guckt und es sah für mich nicht so aus wie eine Erleichterungsreaktion von ihrer Seite, sondern eher eine Art Enttäuschung oder es war irgendwie sehr, sehr schwer deutbar, die Reaktion von Asuka in dem Moment und sie ist generell der mysteriöseste Charakter während der gesamten Serie gewesen und ich möchte allein von ihr mehr wissen, was steckt da eigentlich dahinter, warum hat sie sich immer so verhalten in all den Folgen, wie sie sich verhalten hat und warum hat sie sich auch insbesondere in dieser letzten Folge so verhalten und diese Worte gewählt, die auch gegenüber Kumiko kurz bevor der eigentliche Auftritt losging, wo sie in Vergangenheitsform von wegen, das war unser Ziel, die Nationals zu erreichen, Datta hat sie gesagt, das war unser Ziel und nicht, es ist unser Ziel, wo sie also schon abgehakt damit, dass sie weiterkommen. Das würde mich interessieren, das sind so Sachen, die noch offen sind, genauso wie natürlich diverse Liebesdramen, die sich abgespielt haben und noch nicht gänzlich zu Ende geführt sind, ob es zwischen Kumiko und Mr. Hauptprotagonist oder zwischen Kumiko und Reina oder Reina und ihrer Zuneigung romantischen Tsutaki-Sensei und dergleichen ist, der sich auch sehr verausgabt hat in dieser Folge und wo wir auch eine neue Andeutung von ihm haben, wo wir ein kleines Fotoalbum von ihm sehen, auf das er guckt, kurz bevor es losgeht Richtung Wettbewerb und wir wissen ja auch nicht allzu viel von seiner Vergangenheit und deswegen, da sind eigentlich noch ein paar Fässer in dieser letzten Folge aufgemacht worden, auch wenn es trotzdem insgesamt nur der Abschluss war, der mich unbedingt dazu bringt zu sagen, wir brauchen eine zweite Staffel, damit wir da weitere Einsicht erfahren in die Charaktere, damit wir natürlich auch sehen, wie sie sich dann eben auf den nationalen Wettbewerben und dergleichen schlagen und ich hoffe, ich hoffe, dass in Japan diese Serie sich gut verkauft, die Blu-Rays, die DVDs, dass sie viel geschaut wird, was bei Kyoto Animation durchaus im Regelfall der Fall ist und Kyoto Animation hat immer mal Nachfolger gehabt, ob es Klandert war mit After Story, ob es Chunibyo war mit der zweiten Staffel oder es gab zumindest Filme, wie zum Beispiel bei Tamako Market und dergleichen, deswegen hoffe ich einfach, dass wir auch von Hibike Euphonium eine Fortsetzung sehen werden, wo all das, was noch ungeklärt zu sein scheint, nach diesem wunderbaren Finale dieser hoffentlich ersten Staffel nur bis hierhin, ja, so aufgedröselt wurde oder aufgebracht wurde. Ansonsten auch animationstechnisch von den Farben, von den Bildern und von der Hintergrundmusik im ersten Teil der Folge war es wieder einmalig in die richtige Stimmung versetzen, die Aufregung, die gespannte Ruhe vor dem Auftritt, die Ruhe vor dem Sturm, wie man ja so gerne sagt und ein bisschen schade, aber was aus der Folgenlängensicht von Anime auch verständlich ist, ist, dass wir nicht das gesamte Stück von dem Ensemble gehört haben, aber doch größere Ausschnitte von den, sagen wir mal, wichtigen Parts, wo es auch immer mal Probleme mit den Instrumentengruppen gab, natürlich das Solo von Lena, da geht mir auch die Stimme weg, weil ich das wirklich auch als sehr schön empfunden habe, ohne dass ich eben musikalisch jetzt groß gebildet bin, dass ich bewerten könnte, ob diese, ja, diese Aufführungen, die wir da gesehen haben, wirklich supergut, sehr gut waren, wenn man es jetzt mit, sagen wir mal, großen, tatsächlichen Orchester-Ensembles oder dergleichen vergleicht, die im Realen existieren. Ich fand auch so kleine Details immer ganz schön, wie, dass man eindeutig als Taki-Sensei angesetzt hat, dass das Spielen losgeht, dass man ganz laut diesen gemeinsamen Atmen des Ensembles gehört hat, dieses, was man immer dieses ganz kurze, das habe ich irgendwie bei Nodamekantabillet oder dergleichen nie so wirklich wahrgenommen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es natürlich ein Blas-Orchester-Ensemble ist, wo natürlich ein großer Luftzug am Anfang insbesondere wichtig ist, aber das fand ich so ein schönes, kleines, sagen wir mal, Sound-Effekt-Detail, was in der Folge mit dabei war. Ja, ihr merkt, ich quatsche mich dumm und dämlich und habe eigentlich nur Lob für die Folge auch wieder übrig. Habe im Prinzip nichts daran auszusetzen, außer eben, dass es ein, mal abgesehen, ein gleichzeitig so abgeschlossenes, wie offenes Ende ist dadurch, was in dieser Folge alles noch passiert ist. Also, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, wie es geendet ist, ich habe mitgefiebert. Der Crunchyroll-Player hat es mir nicht ganz leicht gemacht, weil zum ersten, naja, nicht zum ersten Mal, aber so schlimm wie heute habe ich es noch nie erlebt, dass er immer größere Hänger und Hacker drin hat und ich mehrmals zwischen den Qualitäten hin- und herschalten musste und mehrmals neu laden musste. Die Folge, was mich dann doch ein bisschen aus dem Fluss gebracht hat, hat mich ein bisschen sehr geärgert, warum das jetzt gerade heute passieren musste. Naja, mit Crunchyroll, ich glaube, der Crunchyroll-Player lädt ja auch nicht vor, aus diesen irgendwie Streaming-Speicherplatz-Technischen-Download-Gründen wegen den Lizenzen und so weiter, dass der Player auch genauso konstruiert ist, wie er konstruiert ist. Aber, ja, das hat ein bisschen den Eindruck getrübt, aber das ist ja dann nicht Schuld von der Anime, vom Studio oder von der Folge, sondern von dem Streaming-Player. Es hat mich schon ein bisschen, lass mich das hier flüssig gucken, gemacht, genauso wie ich am Ende war, lass mich eine zweite Staffel haben. Ja, das sind so meine Emotionen, meine Reaktionen jetzt hier auf das Ganze. Ja, auf den ganzen Anime betrachtet, ich habe ja, ich glaube, jeder einzelne Folge immer so sechs bis maximal neun Punkte, eine Folge ja sogar zehn Punkte gegeben. Also, ja, ich glaube, egal von den Anime-Serien, die ich jetzt auch ein bisschen nach aufholen möchte, bevor ich Mitte, Ende Juli einen Jahresrückblick, einen Saisonrückblick auf diese Saison mache und dann alle nochmal in die richtige Reihenfolge packen werde, wie sie meine Favoriten denn waren in der Frühlingssaison 2014. Auch mit denen, die ich vorhabe, in den nächsten zwei Wochen noch aufzuholen, die ich bis jetzt habe, ein bisschen flach liegen lassen, glaube ich nicht, dass da noch irgendwas darunter sein wird, was Hibike, die Euphonium von meinem persönlichen Platz 1 für die Frühlingssaison 2014 verdrängen kann. Wobei ich immer noch ein bisschen am Grübel bin, ob ich es acht oder neun Punkte gebe, wenn ich mich jetzt für eins festlegen müsste. Das ist für mich zwischen acht und neun. War eine wunderbare Serie, war visuell fantastisch, war natürlich, und das sollte man auch von einem Musikgenre, Anime verlangen, war für die Ohren verzaubernd. Und der Charakterpool war riesig, aber trotzdem wirkte er wunderbar realistisch mit einigen auch durchaus sehr interessanten Charakteren, wie Ahsoka, unsere paar Hauptprotagonistinnen, von denen manche dann, die die Audition nicht geschafft haben, dann in den Hintergrund traten. Aber dass trotzdem immer mal hier und da der Fokus auch ein bisschen gewechselt wurde, um wirklich das Ausmaß des Ensembles auch darzustellen. Also es war auch vom Direktorischen her und von den ganzen Stilmitteln, die verwendet wurden und auch wie die Animationen benutzt wurden, um mehr Showing statt Telling und dergleichen zu betreiben, wie die Charaktere ihre Wut ausgedrückt haben durch Körperbewegungen, wo man ihnen ansehen konnte, was sie gerade denken und fühlen. Es war einfach rundum eine gelungene Serie und ich bin froh, dass Kyoto Animations mal wieder so etwas rundum Gelungenes geschaffen hat, nachdem es das in den letzten Jahren nicht so wirklich gab und ich immer wieder Kritikpunkte finden konnte, ob es Amagi Brilliant Park war, ob es das Ende von Kyokai no Kanata war, ob es die erste Hälfte von der zweiten Staffel von Chunibyo oder dergleichen war. Es gab immer irgendwas auszusetzen, zumindest von meiner Warte her, an den Kyoto Animation Serien und eigentlich habe ich bei Hibiki Euphonium tatsächlich nichts Großartiges auszusetzen. Es hat mich durchweg bestens unterhalten und es hat keine wirklichen Tiefpunkte in irgendeiner Art und Weise gehabt und deswegen war es eine wunderbare Erfahrung und definitiv, wie schon erwähnt, die Nummer 1 für mich in dieser Season gewesen und ja, ich denke mal, das reicht auch so als Rückblick auf das Ganze. Ich werde vielleicht dann mit ein paar Tagen Ruhe oder zwei, drei Wochen, bis ich dann eben das gesamte Frühlingssaison-Rückblick dann machen werde. Da hat sich dann mein Kopf vielleicht ein bisschen von der ersten Euphorie des gerade Schauens der letzten Folge beruhigt und dann denke ich darüber nochmal ein bisschen kritischer nach als das Fangebäue, was ich jetzt hier eigentlich gerade so ein bisschen von mir gebe und nicht unbedingt eines Kritikers würdig ist, sage ich mal. Aber eigentlich war ich in den letzten ein, zwei Jahren immer sehr kritisch mit Kyoto Animations ins Gericht gegangen, eben weil mir immer so doch sehr störende Punkte aufgefallen ist und Super-Trapibic Euphonium. Gebt uns eine zweite Staffel. Sie wurde auch so leicht angeteasert durch dieses Unser Stück geht weiter. Also der letzte Satz dann war, bevor es ins Ending-Thema ging, was ich übrigens auch sehr schön fand. Erstmal die Endcard mit dem, mit der Trophäe und dem Bild von allen Charakteren da versammelt und dass der Ending-Song oder sagen wir mal das Musikstück am Ende dann eine Blas-Orchester-Instrumental-Variante des Openings war. War auch so ein wunderbar schöner Rausschmeißer zum Schluss und damit jetzt wirklich genügt ist Ge-Fan-Boys hier an dieser Stelle. Hippie Euphonium. Ja, insgesamt, also diese Folge auch acht bis neun Punkte, insgesamt acht bis neun von zehn Punkten und höchstwahrscheinlich die Nummer eins der Frühlingssaison 2015. Kannst du eigentlich vorhin mal 14 gesagt haben? Falls ja, bitte ist es zu entschuldigen, 2015. So, und ich quatsch schon wieder mehr raus, als dass ich eigentlich wollte. Tschüss, Matane, bis zum nächsten Mal und schaut die Bicke Euphonium an, wenn ihr es noch nicht habt. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.